Ich bin promovierter Naturwissenschaftler, bin in allen Naturwissenschaften zu Hause, mit einer ganzheitlich vernetzten Denkweise. Nun komme ich aus der Versenkung. Ich bin der pure Hass. Ich hasse alles und jeden. Ich lasse euch im Schleim kleben. Ich will ein Kotzbrocken sein. Ich breche dir das Bein. Der unangenehme Zeitgenosse. Verprügelt keine Robben, sondern Walrösser. Hinten am Teich, da bin ich. Ich habe viele Narben im Gesicht. Das sieht total scheiße aus. Aber du siehst beschissener aus. Jo. Die Kackpratze von nebenan. Ich zünde alle Katzen an. Ich esse diese dann. Essen, essen was man kann. Das Ass im Ärmel und ein Schlagring in der Tasche. Ich esse deine Asche. Wenn du von mir verbrannt wurdest, wirst du natürlich genascht. Das Ass im Ärmel und ein Schlagring in der Tasche. Ich esse deine Asche. Wenn du von mir verbrannt wurdest, wirst du natürlich genascht. Ich sehe schon echt scheiße aus. Aber, aber ich sehe gefährlich aus. Ich sehe mich nicht gerne im Spiegel. Ich esse einen Schokoriegel. Ich scheiße auf die Gesellschaft. Mir egal. In der Scheiße liegt die Kraft. Wo ist mein Eierbecher? Ich bin ein gerissener Einbrecher. Ich sehe einen kleinen Hund. Ich trete auf den kleinen Hund. Und kassehe den unendlichen Ruhm. Scheiße, ich bringe den um. L.O.L. Wer hat das gesagt? Wer hat es gewagt? Mich herauszufordern. Ich bin bereit eine Pizza zu ordern. Das Ass im Ärmel und ein Schlagring in der Tasche. Ich esse deine Asche. Wenn du von mir verbrannt wurdest, wirst du natürlich genascht. Das Ass im Ärmel und ein Schlagring in der Tasche. Ich esse deine Asche. Wenn du von mir verbrannt wurdest, wirst du natürlich genascht. Ich rufe Kaiser Wilhelm an. Ich finde er ist ein guter Mann. Erhebt euch ihr Kaisertreuen. Wir werden alle Rüpel kaputt hauen. Mit dem Maik in der Hand. Trete ich gegen die Wand. Ich sehe durch das Loch. Felix, bist du schwul? Doch. Ich bin auch gebildet und gelehrt. Ich bin Professor. Das irrt. Ich zitiere Harald Lisch. Mein Mantel ist echt fesch. Und das Thema ist jetzt anders. Ich tötet Breivik zudem anders. Wo ist nur die Gerechtigkeit? Alter bist du breit. Das Ass im Ärmel und ein Schlagring in der Tasche. Ich esse deine Asche. Wenn du von mir verbrannt wurdest, wirst du natürlich genascht. Das Ass im Ärmel und ein Schlagring in der Tasche. Ich esse deine Asche. Wenn du von mir verbrannt wurdest, wirst du natürlich genascht. Das Ass im Ärmel und ein Schlagring in der Tasche. Bis zum nächsten Mal.